Hallo, ich bin Luisa Steine und ich spiele in der Nationalmannschaft und beim Düsseldorfer HC. Ich richte mich heute an euch, weil wir im Begriff sind, wegen Aufschieberei oder Unwissenheit, ein unfassbar geiles Projekt zu verlieren. Bei diesem Projekt handelte es sich um Ecke Schuss Gold, eine Dokumentation über den Weg nach Rio von den Herren und Damen. Wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Vielleicht habt ihr aber auch gehört, dass diesem Projekt noch ein bisschen finanzielle Unterstützung fehlt. Und diese fehlt, was ich überhaupt nicht glauben kann, vor allem aus der Hockey-Community. Das will ich auf keinen Fall auf uns sitzen lassen. Und deswegen, liebe DHZler, richte ich mich heute vor allem an euch. Bitte kauft noch ein paar DVDs, kauft euch vorab vielleicht Premierenkarten oder unterstützt dieses Projekt anderweitig. Wir brauchen eure Unterstützung, wir brauchen das Geld. Wir wollen unbedingt, dass dieser Film groß rauskommt. Ich danke euch jetzt schon. Ich danke euch jetzt. 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 Ich danke euch jetzt.